Hallo, mein Name ist Marc Rohde. Ich bin Fitness- und Gesundheitsexperte aus Hamburg. Schön, dass du da bist und dir meine drei Top-Übungen für mehr Kraft und Leistungsfähigkeit hinter dem Steuer anschaust. Ja, hier geht es um Trucker, Fernfahrer, Lkw-Fahrer-Fitness, denn kaum einer hat so viel zu leisten wie ihr da draußen. Mit diesen drei Übungen möchte ich, dass du schmerzfrei durch dein Alltag kommst, dass du sicher am Ziel ankommst und dass du vor allem mehr Zeit für das Beste hast, für deine Familie, für deine Freunde, für deinen Alltag. Also, lass uns gleich starten. Die drei Bewegungen fokussieren sich einmal auf die Beine, einmal auf deine Wirbelsäule und einmal oben auf den Schulter- und Nackenbereich. Los geht's mit Übung 1. Eine einfache Vorbeuge und Rückbeuge, wie man sie von den Großeltern noch kennt, wenn die sich im Garten so gestreckt haben. Das kann jeder, das kannst auch du. Mach davon 10, 12 Stück in einer Pause, wenn du aussteigst und deine Wirbelsäule wird deutlich beweglicher und schmerzfreier sein. Du kommst sicherer an dein Ziel. Los geht's. Übung 1. Die Übung, die ich dir zeige, ist sehr einfach. Komm an die Fußspitzen und schieb dich weit nach hinten oben. Zwei Sachen. Die Füße sind voll aufgesetzt die ganze Zeit und deine Hüfte, dein Bauchnabel, dein Po schiebt nach vorne raus. Die Arme machen die Gegenbewegung nach hinten oben. Hier zeige ich dir noch eine einarmige Variante, die jetzt ein klein wenig fortgeschrittener ist und eine kleine Rotation beinhaltet. Glaub mir eins, deine Wirbelsäule möchte bewegt werden in alle Richtungen, auch mit Rotation und mit Rücklagen. Das hält sie gesund und beweglich und sorgt so für Schmerzfreiheit und eine hohe Beweglichkeit. Deine Wirbelsäule ist beweglich. Lass uns zur Übung Nummer 2 kommen. Da geht es um deine Beine, um die Oberschenkelinnenseiten. Einfache Bewegung. Du schiebst den Körper von rechts nach links und damit erreichst du eine Durchblutung und gleichzeitig auch eine Dehnung, Mobilisierung deiner Hüfte und kannst so die nächste Tour schmerzfreier angehen. Los geht's. Übung Nummer 2. Diese Bewegung erinnert ein bisschen ans Schlittschuhlaufen. Der Oberkörper kommt nach vorn, das Gesäß schiebt nach hinten raus. Du verlagerst das Gewicht von der einen auf die andere Seite. Was du bitte beachtest, ist hier, dass du deinen Fuß immer vollständig belastest, die Wirbelsäule in einer neutralen Position hältst und so eine Dehnung auf die Oberschenkel-Innenseite bringst. Übung Nummer 3. Für den Schulter- und für den Nackenbereich. Da brauche ich auch gar nicht mehr viel sagen. Bewegung ist Trumpf und zwar in allen Bereichen. In dem Falle überstreckst du hier einmal die Wirbelsäule, bringst die Schulterblätter wieder nach hinten unten. Du wirst merken, solange das ein bisschen warm wird da hinten und arbeitet, lassen automatisch auch diese Verspannung, diese Schutzspannung von deinem Gehirn nach und du kannst relaxter und entspannter in den Feierabend fahren. Die Rückbeuge streckt die Hüfte, öffnet den Brustkorb und sorgt dafür, dass die Schultern wieder mobilisiert werden. Du siehst das hier, die Schulterblätter gleiten nach hinten unten und dann kommt die Hüfte in die vollständige Streckung. Also dein Gesäß wird angespannt, deine Schultern werden bewegt. Perfekt, um gestärkt auf die Tour zu gehen. Ich würde fast sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast alle drei Übungen absolviert. Bau die so oft, wie es geht in deinen Alltag ein. Sobald du an der Tankstelle bist, vorbeuge, rückbeuge. Wenn du neben einem Zapfhahn stehst und wartest, einfach nach rechts und links die Ausfallschritte machen. Übung Nummer drei, sobald du auf einer Parkbank sitzt und eine kleine Kaffee- oder Teepause machst, dann raus damit, sofort den Oberkörper ein paar Mal aufbeweg. Es lebt von der Regelmäßigkeit, diese Dinge zu tun. Es ist nicht das eine Mal, wo ihr richtig viel Gas gebt, sondern nutzt den Alltag, nutzt eure Fahrtpausen, um diese kleinen Bewegungseinheiten einzubauen, um schmerzfreier und leistungsfähiger on the road zu sein. Mehr dazu findest du auf elbsprint.de. Schön, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir eine schmerzfreie und sichere Fahrt. Bis dahin aus Altona. Ahoi. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020